Hallo, Juhu!! 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 Hm? Ja, genau! Es ist in unserem Plan wieder... ein Türchen, Hier nochmal neunchen, die machen wir jetzt gleich... den Luca Voti... Ja?! yeah?! Mother? Mother? Ja! Was ist da oben, oder? Ja. Was ist denn da oben? Nein. Eben, in ihr noch was? Ja. Hand auf? Hand bocken? Okay, ich glaub dir mal. Wir werden dich probieren. Und los. Ich mach mal an. Machst du noch auf das Licht an? Ooooooh. Hm. So. Eieieieiei. Oh oh. Riebelarbeit. Ich hab's ja gewusst. So. Jetzt hab der sogar noch ein bisschen was anderes zu sehen. Okay. So, dann was rein. Dann legen wir das mal da hin. Geil. 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 Ich bin mir nicht so ganz sicher. Geil. 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 Jetzt kann ich euch aber jetzt schon verraten, am Ende, das heißt am 24., werdet ihr von mir nicht nur dieses Video bekommen, sondern, ihr werdet von mir auch ein Bild eingeblendet bekommen. Aber ich werde auch nicht verraten, welches, was es ist. Haha, denn, nein, das ist es auch nicht. Denn, das wird eine Überraschung. Glaubt es mir, es wird eine Überraschung, denn ich bin genauso überrascht wie ihr gewesen, als ich das Bild angeguckt habe und, ja, vielleicht werde ich euch noch ein paar Hinweise geben bis zum 24., wir werden sehen, was es, was die Zeit bringt. So, warum müssen wir es mal weiter machen? 13, 19, da unten, okay, wir brauchen noch ein paar Schlepper. Darf ich noch mal? Auf, rausküppeln und wir müssen sieben. Ja, das habe ich ja gesagt, ne, also, ihr seht's hier, das Teilchen, wenn da ist das ein Überraschung, ne, so, oder da, da ist das ein Überraschung und hier ist das, diese Sitzbank, die lasse ich nachher, wenn wir dann das Ganze wieder aufgezeichnet haben. ... von meiner Frau anbringen, weil, da habe ich tatsächlich echt, äh, wie würde der Arbeitskollege jetzt sagen, schuf, große, ja. So. Knieg. Neils können wir jetzt nicht. Wegen. Andere. Ok. OK. Nein. Tja, nein. So. Tja, nein. Oh, sache die vier. Ah, wuhh? Nein. 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 Ja. Ja, ist hier noch nicht. Das ist schon halt. Das habe ich nicht. Da. Du bist ganz so frech wieder. Weißt du, du bist aber so frech, ne? Wenn du so frech bist. Nein. Sei doch mal lieb zum Papa. Warst du schon heute, ne? Hat mir Papa ja ein Kusti gegeben hier auf die Wanne, ne? Nein. Nein, nicht auf die Nasen, du fassen möchte ich. Oh, die Schütze! Nein, stopp! Komm, wir müssen uns jetzt hier mal festieren. Du wirst ja nur noch die Folge mit deinem Abhiel, oder? Ja! Ja, das wird ja auch so. So, warum hat der eine Wichtige zu was wir wieder essen? Der Papa muss hier jetzt untertrennen, der die Tüte aufbricht. Da! Du Lübe! Okay, guck mal, jetzt ist Ende, jetzt schütten wir uns dann nicht aus. So? Hey. So. Meine Freunde, was ist das? Ja? Das ist das Nummernschild. Wo ist das denn? Da. So. Ne, wir nehmen mal die andere von mir. So. Also. Da. Einmal. Das Blumanschild. Das ist der Nummer. Das ist der Nummer. Wir legen das mal. Da hin. Und die Brutlichter. vom Porsche. Zweimal. Die müssen jetzt. Rechts. Und links. Da ran. Das Nummernschild. Komm, steht noch mit dran. Die Brutlichter. Die Brutlichter. Die Brutlichter. Schau, Jörg. So. So. Wir fahren mit dem los. Oder? So. Das ist weh in den Ohren. der Zuschauer tut. Wenn du das auch machst. Und dann ist es halt so, dass das über das Mikro in die Ohren. Und dann tut das weh. Okay? Okay? So. Jetzt würdest du meine Versteckung mal gucken. Das machen wir nicht von den Namen. Also. Wir müssen hier erst mal was abkneiten. So. Und so. 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 Dann noch umdrehen. Und jetzt da hin. Da. Nicht so weit rein. Nicht so weit rein. Jetzt. Das部 Goreter wird. Ich madre. Alles. Hosebar. Nein. Ja. Na morgen. Ha. Nummer 0. Naticiker. Uniti. No? Aha. Der Neuen. Na zweitencm! Und in Deutschland zum Fahren von motorisierten Kraftfahrzeugen eine Umanschrift benötigt. So, ähm, dann geht's weiter. Ich muss mich mal kurz, wie wird das denn jetzt erst gemacht? Ähm, da muss man tatsächlich nichts. Abknipsen, äh, das, wow, okay, also das ist echt crazy, äh, wo ist das Schatz? Lass mal bitte auf die beiden Teile auf. Ah, jetzt ist echt, äh, jetzt ist echt Fizzle-Arbeit. Wiri, nee, Fizzle. Wiri, wenn ich das darf, die Teile, die Teile, die Teile, die Mama, nein! Oh, jetzt ist das nur die Arschscherp, ihr habt's gesehen im Video. upcoming video, hm, ihr habt's echt hart gesehen, ich hab mal eben, schrattet und da war die Arschscherp. Okay, macht mich, ich finde es aber trotzdem rein, hoffe ich. Super, oder? Hm... Ja, das ist echt nicht gut. Was ich getan habe? Ja! Ich mache es erst ab. Also, ich fände ab, aber eben. Und dann wollen wir das gleich zusammen, damit der Papa hier unten runterkommt, um das da dran zu machen. Deswegen... Bist du so müde? Nein! Ich werde das mal an. Was ist? So, das war Nummer eins. Boah, das ist aber echt nicht gut. Also, da muss ich dann... Das muss Rebellen, wirklich überarbeiten. Das muss Rebellen, wirklich überarbeiten. Das muss Rebellen, wirklich überarbeiten. Weil, wenn man das da reinmachen muss, ne? Ohne Fahrstorte. Das ist, äh... Das ist, äh... Das macht keinen Spaß. Also, da drückt man sich die Teile eher kaputt. So, du kannst mal bitte ruhig sitzen. Ja. 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 Na, na, na. Ganz einfach, na. Ja. 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 So, muss das andere Zeit haben. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Okay. Dann noch das. Wo ist denn die Arschte? Ja. Dann müssen wir jetzt... Ja, ja, das ist das, das ist noch geschnitten. So. Was? Das kommt dann gleich hin. Okay, das muss ich tun lassen. So. Du musst lesen. Ach nee. Jetzt auch wieder was aufgenommen. Ja. Wie ist das? Auf damit. Ja. 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 Ja, nicht ganz. Ja, nicht ganz. Aua! Entschuldigung. Ja, nicht ganz. 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 Ja, nicht ganz.